Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki mit deiner Tagesdosis-Angeberwissen. Heute ist der 1. April! Voll aggro. April, April! Hä? Ja. Da macht, was er will. Heute, wer hat heute Geburtstag? Komm, sag. Wer hat heute Geburtstag? Am 1. April 1947 ist Ingrid Steger auf die Welt gekommen. Ingrid von Klim-Bim! So sieht's aus, die Ingrid. Ihr richtiger Name, Ingrid Anita Stengert. Stengert? Stengert ist eine deutsche Schauspielerin, die nach den ersten Rollenanfang der 1970er mit der Sketch-Fernsehserie Klim-Bim landesweit bekannt wurde. Und sie ist in Berlin auf die Welt gekommen. Wir sagen, ja, alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Und die, jetzt mal unter uns, die Ingrid Steger, die war ein richtig heißer Feger. Ja. Also, ich sag mal, das ist das Bild von heutzutage. Naja, gut. Und das ist das Bild von Anno. Dazu mal. Lecker Törtchen! Achso, ja, richtig. Das müssen wir ja noch rausretuschieren. So wahnsinnig. Also, ich finde, die hat sehr viel Ausstrahlung. Hübsches Ding. Ingrid, weiter so. Es sollte mehr wie dich geben. Ja, heute, am 1. April, ich bin mal weg. Am 1. April hat das 2. Deutsche Fernsehen, da ist es ja. Ja. Aua, ah, gestoßen. Das 2. Deutsche Fernsehen. Das 2. Deutsche Fernsehen nimmt seinen Sendebetrieb auf. 1963, oh, Musikantenknochen. Ja, ist ja auch echt fies. Oh. Ja. Ähm, du, wahnsinnig. Entschuldigung. Ja. Ich war kurz abgedeckt. Genau. Auf jeden Fall, das 2. Deutsche Fernsehen hat seinen Sendebetrieb aufgenommen. Okay. Ja, 1963. Das ist lange her. Was hast du noch? Ähm, am 1. April 2001 ist die Niederlande, also das ist der Tag, an dem die Niederlande als erstes Land der Welt die Ehe für gleichgeschlechtliche Partner und Partnerinnen geöffnet hat. Am 1. April wann? Am 1. April 2001. 2001. Und der Bürgermeister von Amsterdam, Job oder Job Cohen, traute kurz nach Mitternacht drei männliche und ein weibliches Paar. Ja. Und ich persönlich finde das gut. Wie stehst du dazu? Also ich finde, jeder sollte machen, was er will. Klar. Ja, hauptsache sie machen alle, was ich will. Solange du nämlich nicht mich heiraten willst, ist alles in Ordnung. Ich kann dir gar nicht alles aufzählen, was dazwischen kommen würde. Echt nicht? Ja. Krass. Will ich auch nicht. So. Ja. Das war's. Das war Shoki bei Noki Daily. April, April. Ja, aber hast du schon mal jemanden so richtig irgendwie reingeritten am 1. April? Ja. Ich auch. Das macht Spaß. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim April-Scherz heute. Wenn ihr irgendwie einen coolen April-Scherz habt, dann schreibt das doch in den Comments hier rein. Vielleicht können wir das irgendwie mal aufgreifen. Wo stehen die Comments nochmal? Unten immer. Ah, da sind sie. Ist es? Ja, da unten. Das ist aber noch nicht viel drin. Müsst ihr mal Gas geben? Noch nicht? Nee, nee. Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Mal.